So, Max, deine Spielzeit ist jetzt vorbei. Warte, ich will das Spiel noch zu Ende spielen. Nee, für heute ist Schluss, du kannst morgen weiterspielen. Ich bin gleich fertig. Nein, nicht gleich. Kannst du nicht einmal sofort aufhören, wenn ich es dir sage? Mann, immer störst du mich, jetzt hab ich das Spiel verloren. Der ist jetzt bestimmt kaputt, als so wie ein Tier. Jetzt mach aber mal halblang, was kann ich denn dafür, wenn du deinen Controller so hinschmeißt? Ich bin gleich fertig.